Ok, tief. Ok, du wirst uns wissen. Direkt bei der Tour. Hast du gebetet? Nein. Ein nice trainer. Habt'n, nice. Schaut über die Mauer, hab mich genau auf die Mauer. Nice. Pass auf, dass du nicht gekillt wirst, wenn du mich schläfst. Nix. Was, nix? Sind die alle tot oder das? Sieh ich so. Ok. Der war direkt bei mir. Ich hab' den. Einer ist gleich bei mir drüben. Ja, der andere ist... Ja, ich seh'n. Ist gleich klar. Oh, ich war down. Ok, der hat mich gehört oder gesehen. Explosive crossbow. Ich hab'n nicht gesehen. Ich hab'n nicht gesehen. Nice, Sascha. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit, bei mir, bei mir Haben wir vielleicht einen Trait? Das hätte einen Trait sein müssen Oh Alter, hab ich mich wegen Den Zombie gerade erschreckt Nee, ich weiß Na gut Bist du in den Osten, eventuell, aufpassen Echt? Ich hab irgendwas gehört in den Osten Ja, Spieler Osten Fuck, ja, der hat mir direkt gegeben Oh, ich bin tot Da kam einer durch den Eingang Der hat einen Hitmarker gekriegt Der ist tot, der hat geschrien Sehr schön, genau Äh, der, äh, Maid kommt von links Hast du ihn gerade gehört? Oh shit Das war ein Fehler, ich hätte nichts mehr laufen sollen Oder auf dem Balkon, da ist eigentlich auch noch was Nee, da war ein Schisser in die Richtung Spieler Die wissen, was wir essen Kommt beim Fenster rein bis auf Hab einen gehettet Kannst du das Rolltor aufmachen, sonst bin ich hier gefickt Ich komme, aber kann ich noch nicht Sehr gut, jetzt haben die vielleicht das Problem Ich mache hier auf Ja, haben Hab beide Schön gemacht Danke Oh, einer ist da hinten, wo ich meinte Hab einen Nice, der andere ist da vorne, wenn es nicht zwei Gruppen sind Da, wo ich meinte Oh ja, bei den Zügen Ich hab ihn gesehen Sein Wapern ist noch gut Ja Aber nicht mehr lang, ich glaube, der ist bald aus Okay Hast du einen Hitmarker? Glaub schon, ich hab's wenig geschaut Ja, erstmal hingucken Wo war'n das? Du musstest mit Jopp, liegt dort Ja, sehr schön Ja, sehr schön Ist ja vorbei Oh fuck Oh fuck Einer ist oben, einer ist unten am Zaun Das sind zwei gegnerische Gruppen Den Daun hat mich irgendwie Vielleicht sogar Dach, ich weiß es nicht Ja, der ist weg Very nice Über dir genau Fuck Ein Fenster Verfolgt er dich Kommt Oder? Nein Ich hab den vorhin dreimal gehittet Okay, noch immer zwei Gruppen Fenster Lassen Das macht taunt Ich weiß noch nicht, wie weit die Bomblanz rauskriegen Ich weiß halt nicht, wie lang die Bomblanz ist Man kann jederzeit aufheben, ne? Da gibt's ja keinen Timer, oder? Ne Boah Noch einer, komm mach ihn Ich mach mal ein bisschen Stimmung Na nicht direkt vor deine Füße, spinnst du Was denn, das ist eine Liquidfire Okay Okay Boah Boah, wir hatten Duell Wie geil Das hast du GG, hast du echt geil gemacht Alter, wie der, der durch den Deckel geklatscht hat Wie dir auch völlig planlos war Damit ich mir so einen Conte angeschaut habe Und nichts wusste, was ich machen soll Oh, fuck ey Das ist ja okay, was ich mir so einen Conte angeschaut hat